hallo liebe freunde und herzlich willkommen zu let's play left for dead back to school die custom app die wird heute weitergezockt ja was haben wir dazu zu sagen freunde nicht schon wieder ich will nicht noch fünf minuten mutti ja die hat auf jeden fall in sich die back to school die hat uns mal ordentlich in unsere schranken verwiesen und unsere skillschranken der rats hat die tür geöffnet nein herr lehrer herr lehrer hier liegen hier liegen tote leute rum das ist ja ganz grausam na gut das war bei uns in der schule ähnlich dass der gronk die tür geöffnet hat und mir ist in die schuhe schiebt bestimmt ne öffnet und der gronk hat das metall runtergeworfen bestimmt ne öffentliche schule ja deswegen habe ich sie auch geöffnet die tür oh 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 heute tag der offenen tür selber ferien heute war alter wieso immer ich ja deshalb stehe ich immer hinter euch ach so machst du das was vor allem überhaupt nicht aber egal Nee, stimmt auch nicht. Aber ich hör schon wieder... Ah! Alter! Das ist doch wohl ein Witz! Warum? Ich kann keinen 2 Meter gehen, ohne dass mich irgendein Special-Fiech weghaut. Und dann schieß ich auch noch den Saratan-Rücken. Deshalb laufe ich immer vor euch. Damit ich von hinten keinen Viech abgreifen kann. So, wir müssen hier anscheinend weiter. Oh, was denn hier? Der Barbecue veranstaltet. Wuhu! Incoming! Wen haben wir denn da? Incoming! Ach, nicht schon wieder ein Scheiß! Ah! Wo bist du? Ach, du bist das! Alter, jetzt vom Boomer! Willst du mich verarschen? Er kriegt echt alles ab. Dabei stand ich neben dir. Oh! Oh! Ah! Wer hat ihn gemacht? Ah, Saratan, natürlich! Ich hab ihn erledigt! Ja, super hast du das gemacht. Der stand direkt neben uns. Damit sind wir alle vollgekotzt. Ist doch egal! Ist doch egal! Das macht man nicht! Du musst mit dem rechten Maus klicken, machst du den weg! Und dann kannst du den... Ah, ich hab noch eine Boomerball, die könnte ich mal werfen. Ach, so aus Reflex machst du den mal eben platt den guten. Oh, ich lieg auch jetzt dafür! Sie macht das Späßchen! Dankeschön! Ja, ne! So, die anderen laufen jetzt zu den Boomerball. Mach die mal weg! Mach die mal weg! Mach die mal weg! Hey, nicht rum, du Gelder! Kackbun! Verschone mich mit deinen Selbstgesprächen und nun entschuldige mich bitte! Ich habe zu tun! Mach schon Platz, ich bin der Landwurf! Ach ja, genau! Wir müssen das ja noch mehr erklären! Der Grog hat sein Soundbett auch dran! Ja, das stimmt! Das stimmt! Alles, was Bud Spencer ist, ist Grog! Unter anderem! Alles, was Marx Brothers ist, bin ich! Ich hätte aber auch noch, äh... Oh, diese Menschheit! Da passt es so! Merkt ihr das fürs Leben? Trauer niemanden! Warte! Wen interessiert das? So! Ah! Guckt euch das mal an hier! Hm, lecker! Das ist ein aufgespießter Boomer, seht ihr den? Ja, ich glaube, da ist jemand verschanzt! Da stand, I'll send you all to hell you bastards! Also, ob die Zombies das lesen würden! Vollidiot! Na egal! Ah, ne neue Boomerball! Das ist doch gut! Und Muni! Munition! Das ist ja mal ein seltenes Gut hier auf dieser Karte! Oh, oh! Wir haben incoming! Jo! So, hier geht doch mal aus der Tür raus oder duck dich! Geil, wie der Zombie da grad in dem Boden drin hängt! Sieht super aus! Lalalalala! Ja, hier ist es ja ganz angenehm hier! Lalalalala! Lalalalala! Lalalalalala! Lalalalala! 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 Vorsicht, Witch! War ein Witz! Den hast du aber nicht mehr! Immer dieser Witch-Witz! Oh, was war das jetzt? Das habe ich aber auch gerade mich hier sehr überrascht! Oh! Ich muss mich mal gut heilen, ich bin grau! Hunter! Wo denn? Wo denn? Ich sehe hier gar nichts gerade! Ich laufe die ganze Zeit rum und krieg nichts mit! So! Sehr gut! Ich bin wieder verarschtet und ein Sohn! Mach mal weg! Hey! Pass auf, verdammt! Hey! Ihr kriegt Vögel! Hallo, Freunde! Herzlich willkommen! Mein Lift von Depp! Hey! Da liegt ne geile Knarre um, Alter! Halten Sie es für sich! Schon recht, Klappermaul! Halten Sie es für sich! Alter, der hat mich gehauen! Er hat mich gehauen! Du kriegst wie Herbert von den Außenseiten! Echt? Guck das gar nicht! Das sollte dir zu denken geben! Wer gibt's zu denken, was du so guckst? Oh, die sind alle hier im Gebüsch! Was sie da wohl gemacht haben! Kleine Zombies! Deswegen sind es ja so viele! Können Zombies Hexe haben? Alter, Zoe, hör mal auf auf mich zu schießen! Farazai hat seine philosophische Stunde gerade wieder! Genau! Und läuft mir... Der Rumpel läuft mir ständig ins Knarrenfeuer! Mhm! Smoker, 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 Smoky, Smoker! Cool! Austin! Incoming! Boah, Smoker hat mich nicht mehr! Erledigt! Dankeschön! Boah, wie viel sind das schon wieder? Gibt's ja gar nicht! Ich konzentriere mich heute mal ein bisschen zur Abwechslung! So, ich werfe nochmal ne Boomerball! Das sind mir hier zu viele! Vorsicht! Da sollen ja mal alle da reinwenden, ne? Ach du Scheiße! Wo sind die Spillies, bitte? So, jetzt mal da reinballern in die Menge! Yeah! Wursttheke ist eröffnet! Und weiter! Lade nach! Ist grad wieder ruhig geworden! Oh, hier ist ein Bahnhof oder sowas! Kinder von Bahnhof zu! Ich verstehe nur Bahnhof! Hier sind, hier ist Muni, Leute! Muni! Ah! Also ihr könnt ne Waffe aufnehmen, ne neue! Ich mach mal grad die anderen Pendler von der anderen Seite platt! Alter, liegt noch was geiles! Ein Baisy! Den nehm ich mal mit! Ein Baisy ist immer gut! Genau! Und Ronk hat wieder gekocht hier! Ja, hab ich für euch extra mal was, äh... Oh, ne Magnum! Wieder hinterlassen! Ne, ist gar keine Magnum! Dammit! Der Zug sieht geil aus! Guck mir mal an! Ne? Das ist der Hogwarts Express, glaub ich! Das stimmt! Halt! Charter, Charter, Charter! Ach du Scheiße! Ja, ich merke! Danke, Zoe! Vorsicht, incoming! Ah! Ja, nicht mehr so! Ich kann deine ganze Planung ruinieren! Oh! 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 Jockey! Wo ist der Jockey? Hier! Jockey ist weg! Hinter dir sind Zombies! Mann, Mann, Mann! Ach! Huch! Was machen die denn hier? So, weiter jetzt! Lade nach! Dann habe ich mich heute mal ausnahmsweise konzentriert, mal ein bisschen gut zu spielen, im Gegensatz zu sonst, und dann sowas! Oh, Ronk geht's nicht mehr so gut! Naja, noch geht's! Der humpelt schon so ein bisschen! Ja, ich habe einen Schnürsenkel im Schuh! Oh, eine Pipe! Sehr gut! Cool! Dead End! Hat der sich, der Rumpelt sich geschnappt jetzt, ne? Die Pipe! Ja, natürlich! Kommt man die auf den... Oh, eine Pipe! Danke! Ne, wir müssen hier durch, glaube ich! Kommt ihr wieder zurück? Wir kommen doch am Zug außen rum! Ja, wir müssen außen rum! Wir sind hier falsch gelaufen! Ne, wir können auch da durch! Und warum sind wir falsch gelaufen? Oh! Jetzt hätte ich gerne eine Pipe gehabt! Na gut, dann werfe ich die mal! Ne, jetzt ist zu spät! Obwohl das geht! Doch, das lohnt sich schon! Lohnt sich doch! So, ich höre schon wieder ein Special! Incoming! Jetzt kommt ein Incoming! Na toll! Über die Mauer kommen sie hier drüber! Die kommen von überall her gerade! Auch von der linken Seite! Ah, sehr gut! Ich muss da zurückziehen kurz! Ah, scheiße! Das darf doch nicht wahr sein! Vielen Dank! Vorsicht, der ist noch da! Der ist noch da! Was? Der ist neben dir noch! Das gibt's doch gar nicht! Ich hab dich nur mit der rechten Maustaste befreit, aber den nicht weggemacht halt, ne? Ah, okay! Das brauchte mal ein bisschen länger! Mann, jetzt ein Hellspeck! Sarazar sieht auch gut aus! Ich glaube wir müssen hier... Boah! Boah! Alter Schwede! Was für'n Schock schwere Not hier! Rohrbombe! Hier ist ne Rohrbombe! Hehehehe! Ich bin da eh der Erste, der stirbt, von daher nehm ich die einfach mal mit! Das ist sinnvoll! Schmerzmittel! Das ist auch gut! Könnte ich gebrauchen! Und ein Molly! Noch ein Molly! Ähm, ja, Sarazar, nimm die mal! Ja, die hau ich mir mal grad rein! Incoming! Von oben! Oh! Wie die alle hier runterfallen! Lass uns an die Wand stehen, oder? Ja! Ich steh schon an der Wand! Wenn Zoe mal nicht so dämlich stehen... Ne, Sarazar, du stehst an der falschen Wand! Ja, aber von hier oben kommen die doch! Dann treffe ich sie doch! Sonst hab ich schon kaum Reichweite! Aber so schießen wir auf dich! Das ist irgendwie nicht so gut! So, jetzt komm rüber! Wir sind irgendwo fliegen! Warte, warte, warte! Jetzt wird's eng! Kommen sie, kommen sie! Treppe runter! Kommen sie, kommen sie! Nicht Treppe hoch! Nein! Treppe runter! Runter! Geht doch ne Treppe hoch, ne? Ja, wenn wir hergehen... Ja, wenn wir hergehen... Ja, wenn wir hergehen... Ja, wenn wir hergehen... So... Ich hör hier jemanden reden! Hey, Medikit, Medikit Drink! Medikit, Medikit... Hier ist Huni! Munition! Ach, Mann, jetzt! Incoming von irgendwo! Oh, Charger! Von unten! Vorsicht! Oh fuck! Ja, ja! Der ist noch da! Und ich hör noch ganz viel... Warte, mach von rechts! Ja! Ja, die kommen grad von hinten! Ah, die scheiß Polizisten! Wisst ihr wie die Polizisten weg macht? Ne! Die müsst ihr... Boah! Das ist der Hunter! Ja, Hunter ist weg! Die Polizisten musst du erst so und dann musst du in den Rücken schießen! Die sind nur im Rücken verwundbar, die Polizisten! Auch mit dem Baseball Schläger! Erst mit dem... Ja, also ja, das weiß ich gar nicht! Aber du musst die sozusagen erst einmal mit der rechten Maustaste zum Straucheln bringen! Und dann kannst du den in den Rücken schießen! Pam! Ohohohoho! Ja, das kann ja lustig werden! Hier ist Health! Hier ist Health! Medipack! Ja! 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 Komm her! Achso, du... Ich hab schon, ich hab schon! Mach mal den Sari! Der Raza lass dich mal heilen! Ich bin hier! Oh, Incoming! Mach mir die Zombies weg, sonst bin ich auch gleich down! Sind doch schon weg! Danke, danke, danke! Mille Grazie, für das schöne Lebenselixier, wieder Italiener, hier ist noch ein Molli und ne Boomerbeil, bitte mitnehmen, mach dir mal runter, ach so, die wollte ich gerade wegschlagen, wollte grad Baseball mit den Spielen, aber leider nicht, oh hier ist ein Knopf, kommen wir da rein, ich glaube nicht, müssen wir da nicht hin, ich weiß es nicht, ah jetzt ist die Tür offen, die Tür ist aufgegangen, hier bei dem Wagen, ach das kenne ich von einem anderen Level, äh, vielleicht ist es auch diesmal nicht so, Vorsicht mit den Wagen, ja, verliegt noch ne Nahkampfwaffe, aber die nehme ich nicht mit, sollen wir, du willst aber auch echt gar nix wagen, Rumpel, ne, wie sowas willst du jetzt wagen, mit dem Wagen, willst aber auch gar nix wagen, oh, hat lustig gedauert, ne, verschone dich mit deinen Selbstgesprächen und nur den Entschuldigung, ich habe zu tun, darf ich auch mal, oh, oh, in coming, in coming, oh, 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 oi, oh, 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 ah, это, oh, 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 oh. hier liegt noch n Molli rum innen drin, und ne Waffe, der Kuhl, Aquarium, kann ich das kaputt schießen, oh, 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 oh. So, ich hätte noch ne Pipe im Angebot. Ach, ne Pipe hab ich auch noch, fällt mir gerade ein. So, hier müssen wir aber nicht rein, glaub ich. Gibt's da noch irgendwas? Nee, ne? Meint ihr, wir können diesen Tanklaster in die Luft jagen? Nein, können wir nicht. Warum nicht? Bitter, 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 bitter. Weil der keinen Benzin mehr hat. So, ihr hochhält. Oh, die Sui rennt da einfach voll in die Rotze rein. Die ist aber echt doof. Ist ja noch blöder als ich. Das wäre das heißen. Oh, wer hat mich denn da getroffen gerade? Ähm, weiß ich nicht. Witch! Taschenabend aus, jetzt wirklich. Also keine Witch. Wo mal bei. Ach so, tatsächlich, da drinnen. Wo denn? Da liegt doch noch was Schönes. Ist die hier drin oder wo ist die? Hast du dich schon gesehen? Oh, incoming von hinten. Warte, warte, wo mal bei. Ja, wirf. Habe ich schon längst. Voll falsch geworfen. Warum? Da kamen ganz viele her, du Hampelmann. Nee, die kamen von hinten. Ja. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles super. So, ich lade mal nach, ne? So, wo ist die scheiß Witch? Lade nach! Hier sind Mollys! So, hier geht's nicht gut. Ich hör die doch hier. Hier ist Muni, hier ist Muni, hier ist Muni. Aber hier ist auch ne Jukebox. Ist doch egal, ja? Ich hätte immer ganz gerne der richtige Box. Und ein Hunter ist da auch! Ja, der wollte nicht, dass die eine Platte von Elvis auflegt. Guck mal, kommt Musik! Nicht, 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 nicht! Nicht auslösen! Ach, hab ich schon längst. Das ist kein Auslöser, das ist nur ne Jukebox. Doch, doch, wenn du die anmachst, wenn du die anmachst, dann kommen Zombies. Ich seh die Witch, die ist genau hinter der Theke, genau hinter der Theke ist die. Was, wo ich bin? Pass auf, nee, nee, dahinter, weil der da durchreicht, genau dahinter. Sehr schön. Alter, was ist mit Zoe los heute? Die Mocke ist der Hammer, die Mocke ist der Hammer, yeah! Disco Moves! Wir machen Disco Moves! Disco Moves! Oh, ein Medi-Pack, habt ihr alle übersehen hier, das Medi-Pack? Hinter uns, hinter uns, ich! Vorsicht, Splitter! Weg! Disco Moves! So, soll mal weiter? Könntest du Zoe mal retten, mit dem Medi-Pack? Wenn wir da weiterkommen, ja! Wir müssen da rein, wir müssen da, wo die... Vorsicht, Sarazada, ist die Witch! Ey, soll ich da mal ein Baby auf die Fresse gehen? Vorsicht, Uncoming! Hunter, 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 da kommt mal Hunter. Von der anderen Seite, hinter der Theke, Hunter, Hilfe! Was macht der mit deiner Hand da? Sag der Richtige! Ja! Okay, was ist jetzt mit der Witch? Feuer und Slamme? Nee, ja, hast du noch einen Molly, oder was? Ja, hab ich. Dann geh aber, komm mal hinter die Theke und... Stell dich hier auf die Theke, sodass die Witch dich nicht sofort hat. Nicht dahin, hier, wo ich draufstehe. So, und jetzt wirft den Molly da rein. Oh-oh. Ja, das wird... Jetzt, jetzt, jetzt! Na, der Boomer! Na, nicht ein Boomer. Carja. Jetzt, jetzt wirft den Molly! Ja, mach doch mal ruhig hier, Alter. Ja, Alter, hier ist Incoming! So, rennt die Witch. Hier ist Incoming, Freunde! Alter, Alter! Ja, super, dass ihr mich da wegraufen lässt. Ging nicht wegen den Zombies. Die Witch ist noch... lebt noch. Ja, die haut die ganze Zeit auf mich drauf. Geht auf dich! Aber die Mucke ist gut. Ja, das war ja... Ja, die Mucke ist cool. Die rockt. Meinen, war doch ne coole Aktion. Das ist doch die Hauptsache. Was, Zoe ist tot? Ja. Ah, leck mich doch! Ey, geil! Hunter, 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 Hunter! In Golfschläge hab ich. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob ich durchhalten kann. Ich wollt's nicht, ob ich durchhalten kann. Die Fresse und mach weiter! Ey, ich kann Zoe retten. Wo ist die? Ich hab'n Defi. Ah, nice. Oder auch Defri, wie ich ihn gerne nenne. Defri-Prilator. Ich hab'ne Depri. Vorsicht, Incoming. Ne, ist grad'n Incoming. Oh doch, Incoming! Charger, Charger. Ey, Alter, ihr müssen ja noch helfen. Ja, warte, wir haben hier grad Incoming. Ja, den Charger, der mich umhaut, wenn ich Zoe retten will. Incoming! Oh, ich bin tot. Nee. Das hat mir den Rest gegeben. Ich hab'n Medi-Pack. Aber ich hab' auch nur noch so wenig, das ist das Problem. Ja, ich bin grau. Du bist grau? Hm. Na gut, dann komm her. Dann bleib halt stehen. Rettet mal einmal die Zoe. Dankeschön. So, weiter. Sehr freundlich. So. Weiter jetzt. Dann nehm' ich mal den Golf-Schläger hier. Oh, der ist schwungvoll. Hinter dir. So, ich würde jetzt mal... Jetzt fände ich den ein wenig ganz cool. Müssen wir hier weiter? Oh. Wuhu. Incoming. Charger. Hier ist so ein Räum, hier ist so ein Räum, hier ist so ein Räum, hier ist so ein Räumlichkeit. Charger. Warte, warte, warte. Ja, 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 ach, ich hänge fest. Verdammte Scheiße. Ich auch gerade. So, ich hab' erledigt. Mann, Mann, Mann. Alter Schwede. Und keiner hilft mir aus. Gibt's Lebens-Medipack. Medipack, der Gronkh hat eins gefunden. Ich hab' keins. Ich hab' keins. Du hast es genommen. Du hast es genommen. Dann heil' mich mal jetzt. Achso, ich wollte das eigentlich aufmachen. Ja. Na, Gronkh geht's auch nicht mehr so gut. Nee, nee, ich lauf' schon die ganze Zeit so rum. Den Gronkh müssen wir als nächstes restaurieren. Hier, ich hab' noch'n Medipack gefunden. Ah, super. Wir verheilen uns immer gegenseitig. Niemals. Wie die Glücksbärchis. So, jetzt. Oh-oh, incoming. Oh-oh, man will immer gerade weiterlaufen, dann ist es wieder incoming. So zum Kotzen. Oh-oh. Spitter. Ah, das ist einer von diesen Cops. Alter, ich liege. Ja, ihr seid auch alle im Spitz drin. Da treten diese Cops auf mich rauf. Ah, ja, 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 ja. Ein Kleister. War noch so gut voll. Lade nach. Lade nach. So. Wir haben noch ne Pipe. Leute, hier verlaufen die falsche Richtung, Gronkh. Wir müssen hier lang. Wie, die falsche Richtung? Da sind wir doch hergekommen, wo ihr gerade hinlauft. Leider recht, der Rumpi. Straße geht doch weiter. Pillen. Pillen. Sarazan, nimm dir mal die Pillen hier. Ich geb... Hast du die? Ja, bitte in die Pillen. Oh, hat gerade voll den Ruckler. Rein damit, danke. Charger! Ah! Vorsicht, Vorsicht, Boomer, Boomer, Boomer. Ah, super. So, hier sind Muni. Oh. Wo ist Muni? Hier, bei uns. Ah, super. Alter, ich blicke hier. Ah, ich rutsche. Ah, hier ist Eis. Haben wir hier noch irgendwas? Zoe geht's, Zoe liegt. Scheiße. Ja, ich hab mich auch noch getroffen gerade. Sarazan, Zoe aus der Gefecht gesetzt. Ist doch jedem schon mal passiert. So, hier rüber. Jetzt alle zusammen. Ah, die Zoe schießt immer von hinten in uns rein. Übernehmen die rechte Seite. Zoe macht uns keinen Schaden. Das ist egal, wenn die schießt. Ah, okay. Dann ist ja gut. Zusammenbleiben, ne? Zusammenbleiben. Nicht trennen. Ja, hier sind Jockey, 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 Jockey. Bei euch. Ach, ich lenk ihn ab. Oh, da nehm ich mal lieber Shitty mit. Die ist doch gut. Hier ist ein Supermarkt, ne? Alle schon geplündert hier. Außer Hundefutter. Hundefutter liegt da noch. Ein paar Kaugummis liegen. Aber ich bleib mit dieser Karte an und dann irgendwas trinken. Ich auch. Ne? Vorsicht. Und Charter. Oh, der Charter ist in coming. In coming. Ich habe den Charter erledigt. Jetzt reicht. Jetzt reicht. Warte. Jetzt ist der Sarazar sauer. Wo sind die in coming? Hinter dir. Das sieht so geil aus. Wo sind sie? Wo sind sie? Sehen Zombies hintendran im Rücken? Ah, Saraz hat die Meute aufgewiegelt. Sehr gut. Was? Wahrscheinlich wegen der Pipebomb. Okay. Ich habe auch noch eine Pipebomb. Ich habe auch noch eine Pipebomb. Ich auch. Und ich werfe sie da rein. Hahaha. Sehr gut. Der sitzt. Rums. Super. Aber alle kriegen wir also nicht. Okay. Das ist Golfschlägerzeit. Golfschläger. Ich muss das Golfschläger. Ich habe schon wieder. Hole in one. Hole in one, baby. So ist tot. Lauft aber nicht so rum. Wieso bleibt er nicht in der Wand? Ich bleibe da. Ich bin bei dir. Aber ich habe einen Golfschlägerzeit. Eines heute. Vorsicht, Bulle. Vorsicht, Bulle. Und Smoker. Natürlich. Ah, ich hänge. Ah, danke dir. Hey, der Kopf. Hilfe. Ach, Mann, ey. So, Kopf ist weg. Sieben Leben noch. Das kann ja heiter werden. Alter. Ach, du Scheiße. Voll den Rumpel. Ja, aber ich bin vor dich gelaufen, damit du nicht die Zombies abtrickst. Ja, das war gut. Dankeschön. Oh, ich bin nicht auf dem Bodenzimmer. Nee, 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 um Gottes Willen. Dann brennt man es alle. Wenn wir uns alle anmiedrigen sollten. Oh, ich liege. Aber nicht so schlimm. Oh, ich bin da. Ich höre irgendwie was. Oh, grau. Rau. Komm, hier die Ecke. Und hoffentlich ist das hier nicht jetzt wieder so ein Endlust-Ding. Ey, ich glaube schon. Warte mal, ich zünde mal hinten an. Was? Und die Ecke. Hinten. Ach so, da. Ich dachte schon unseren hier. Nee, jetzt ist es gerade hier wieder leer. Komm, wir müssen weiter. Okay, weiter, weiter. Geh du vor, Rumpel. Ich kann nicht. Dein ist Zoe. Zoe dahinten. Dein ist Zoe, sehr gut. Heißt, er hätte ich besser gestorben gerade, oder? Na ja, aber nicht unbedingt, dass man zu zweit da ist. So, hallo Zoe. Gott sei Dank gibst du das hier. Huch. Oh, der Kopf ist gut weggeflogen gerade. Der Rumpel, den weggeschnittert. Oh, Mann, 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 Mann. Oh, oh, Jockey, Jockey. Ja, ich seh ihn. Ich lenk ihn ab, ich lenk ihn ab. Kommt weiter. Splitter, Splitter. Links. Im Kaufhaus. Incoming, Alter. Oh, mein Gott. Oh, Molly. Aua, 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 aua. Entschuldigung, aber ich musste das eindämmen. So, ich komme jetzt mal wieder. Warte, Vorsicht, Splitter. Oh, mein Gott. Ich glaube, wir müssen hier weiter, oder? Probieren wir es doch einfach mal. Hier ist noch eine Pipe. Zwei Pipes. Zwei sogar. Zwei Pipes. Super. Oh, wenn man farbenblind ist, ist es eine Katastrophe. Oh, und ein Medi-Pack. Oh, bitte, ja. Achso, Sarraza braucht das R. Sarraza, du bist grau. Ja, es geht drei oben hier immer mit den Medi-Packs. So. Dankeschön. Jetzt hast du auch wieder die Verantwortung. Hier ist noch ein Molly. Ja, da geh ich mal diesmal vor. Ich habe eine Pipebombe im Petto. Incoming! Warte, nicht schießen. Achtung. Aber ich habe einen Jockey. Jockey, Jockey, Jockey. Erledigt. Jetzt habe ich nur noch 15. Ausverkauf! Boah, das sah geil aus. Ja. Normalerweise sind in den... Hey, mach mal, Alter, Zoe. Hör auf! Ich höre schon wieder einen Charter. Ja, diesen Autos normal. Healthpack, ne? Mini. Ich höre einen Charger oder irgendwas. Ja, der ist hier hinter den... Weg. Und ein Hunter. Hunter auf mir! Boah. Boah, jetzt habe ich nur noch 10. Das wird immer weniger. Und ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Hier müssen wir lang. Gott sei Dank. Bestimmt. Hier liegt nochmal Boomer-Kotze. Safe-Room, bitte Safe-Room. Alter, lass mich da durch. Hier ist der Safe-Room. Ja, der Safe-Room. Ja, der Safe-Room. Ja, Safe-Room. Ja, Juhu! Wuhu! Yeah! Ja, T2! Ja, Baby! Alter, was für eine Action heute, ey. Ey, diese Back-to-School-Karte ist auf jeden Fall in sich. Kann man nicht anders sagen. Alter Schwede. Alter Schwede. Lass mir folgen, ey. Jetzt erstmal ein Snicker. Musst du das aufdrehen? Ne, das war okay, aber der nuschelt sehr. Achso, na gut. Hol jetzt was zu saufen. Achso, ich hol jetzt was zu saufen. Ne, ne, hol jetzt was zu saufen. Achso. Motivation. Warte mal, da trinke ich mal gerade einen Schluck. Ha, diese Statistiken. Oh, was für ein schöner Abend. Wunderbar. Das könnte man den ganzen Tag machen. Ja. Frage und A, man richtig Dialoge mitführen. Ach, cool. Wenn man wusste, wie. Alter, guck mal, wie viel Special-Infected hier. Ja, sind ja auch extrem lange Level irgendwie. Das stimmt, ja. Ach, da sind wir. Ja, der Rumpel muss noch reinkommen. Kennst du ihn doch? Natürlich. Der lässt sich mal das Level am Humpeln. Wir können ja schon mal verabschieden uns. Ja, sagen wir doch mal Tschüss, ne? Tschüss. Verabschieden wir uns für diese Folge. Tschüss. Ach, geil, ich bin grad von Zoe geil, das Netz. Tschüss, tschüss, war schön mit euch. Tschüssi. Liegt ihr noch mit dem Weg rum? Nee, liebe Grüße hier aus der Hölle. Wir sehen uns morgen wieder in der Hölle. Oder nachher eben, wann die Folge rauskommt. Vielleicht ist er auch schon draußen. Guckt doch mal. Könnte sein. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.